Jo Leute und damit Willkommen zurück zu das Minecraft Team mit dem Flash Mit Black Oh Toni Wir sind geschlagen Was? Elvie ist nicht mehr geschlagen Boah Aber Centus ist auch dabei Alter, ich will doch auch hier meine Arbeit machen Ich find das so geil unsichtbar zu sein Weiß ich nicht, ich weiß doch gar nicht was Toni dahin wollen will Ja, ich brauch hier noch mal Gras drauf Statt Stein Achso Äh, Monster sind an, Centus? Nö Das war klar, mal sollte das eben machen Kannst du auch machen Black, bringt Spaß, dich zu ärgern? Ich ärg dich nicht Nein So, 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 so Ich glaub wir gehen in die Hölle Oh ja Woher will ich noch mal Oder gehst du in die Hölle Oh Mein Hammertöter bauen ist klar Nein Nein Ich sätze hier mal ganz kurz Danke So, ja, das ist weg Ja, nicht alles, ne? Man hört das ganz oft Musik, ne Musik Dedeh, ja Du lässt uns oben, Centus! Haha Black, gehst du in die Hölle? Kann ich machen Dann kümmere ich mich erstmal um Titanium Das aber leicht Du leckst auch Der selber leckt grad gar nicht Doch Ne Nein Guck Ja, ihr habt alle nur den scheiß Ping, weißt du? Ja Was? Wir haben einen ordentlichen Ping Ja, habt ihr auch Aber der Server nicht Ja Ist aber schon hier Kann ich jetzt kein Wasser hier? Again, wo was zu? Das heißt, man muss sich anmachen Ja Turn the music on So, dass man sich hört Wie weit willst du das eigentlich hier nach hinten machen? Wer? Tony Äh, warte Alles, alles, was hier Stein ist Und hier hinten? Wo? Ja, überall hier Dann kannst du den Server wegklappen Das macht er schon Tony schafft er schon Na? Tony schafft er schon Ja, er macht das schon Ui Also einen kleinen Delay hat aber jeder von uns Fängt das grad beim Wasser rausnehmen Ich wahrscheinlich im Server Warte mal, ich guck mal ganz kurz Hm, ich hab auch bei dem Wasser extrem lange Sich wieder voll zu bilden Was macht ihr denn mit dem Wasser? Ähm Ach, nur in die Dass ich Magnesium herstellen kann Ähm Boah, das ist ja eh die anderen Sachen auch noch herstellen, ne? Welche anderen Sachen Ja, mit dem Werkzeug Ja Klar 33% hat er Rahmenausfassung Das geht noch Was sag ich ja Wenn immer mehr Spieler drauf sind Also mehr Rahmenausfassung halt auch komischerweise Achso, ich weiß warum Black bist in der Hölle? Äh, ja Okay Hat sich schon die Frage geklärt Das hat wahrscheinlich auch noch dazu Dann läuft nur in Age 2 gleichzeitig noch die Query Nee, die sollte eigentlich fertig sein schon Wollte mir nicht grad mal gucken gehen Ich hab die doch gestern schon gestartet gehabt Boah, nein, ich hab keinen Strom mehr, oder? Oh, ganz mehr Wo hier drin liegt das? Wo liegt es? In der Welt Oh, jetzt merkt man sein Wasser Jetzt merkt man richtig Bin ich nicht mehr da, oder? Nee, nee Musst ja auch nicht mehr Das stört gar nicht Und bin ich in der Age 2 Er ist in der Age 2 Ah, wie geht denn das? Die Query sollte fertig sein Kack, Brühe, Rotulie Rotulie oder Rotulie? Ne, Rotulie Jupp, jetzt Fertig Dazu brauche ich Sulfur Wo hat irgendeine Sulfur? Mhm Ja, guck mal Das ist ein E-System Ja, von der Das ist der Query Sollte da genug bei sein Da ist extrem viel drin Jo, ich nehme da von 3 Nein, ich nehme mal 4 Stacks mit Ach, komm, 6 Ah, Kohle, Kohle, Kohle Ich glaube, ich werde nachher auch eine einschmeißen Wenn die Age Weil die Kohle so lange alle geht Ja, aber am besten da, wo Du hast doch auch einen Vape-Bond bei der Kollega durchgemacht hat, ne? Ja, am besten so, dass du die nebeneinander machst Ne, ne, ich gehe auf anderen Seite Ja, aber so, dass die auch das Loch einfach nur größer macht Ne, ne, ich gehe auf anderen Seite, habe ich doch gesagt Hey, Tony Ach, Black ist das Was gibt's, Black? Äh Was denn? Hallo 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 So Hier wird die Dirt Okay Ich muss hier gerade was wegmachen So, machen wir das Yellow-White fertig Oh, Cleaver Cleaver, 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 Cleaver Äh, Reachstone, Reachstone, Reachstone Ja Hatten wir da noch einen Spawner stehen, Black Mit Blaze Ja Oh, ich brauche nämlich Oh, und da sind noch die Lumas drinnen Hey, du sollst die rechte Seite von den Tables benutzen Oder sind Ach, ich wollte die rechte Seite benutzen, nee, egal Ja, einfach jeder, jedem ist auch scheißegal, können wir das Ja, ist aber zwischendurch nervig What's down What's down, Sulfur Coldest Ich weiß gar nicht, ob ich mein Looting-Schwert noch hier rumfliegen hab Das Wasser hier mal wegzumachen, ist voll scheiße Looting, Sharpness Ja, wohne mich mit Ich geh mal ein paar Dinger klatschen Wir machen jetzt einfach einen Autospawner da rein Wo, einen Autospawner? Den Nether Das Wasser Im Skelett drin Hast du jetzt was oder? Nee Oder brauchst du das von oben ab? Ja, das kommt von oben ab Ähm, ja Ja Äh, gut, wir brauchen die Kabel, brauchen wir nicht Müssen zuerstens die Zelle, hast du, die Zelle hast du schon auch weggenommen Auch ne Crash-A-Camera Ähm, nimmst du den, äh, den Drum mit? Ja, genau, die wollte ich auch noch mitnehmen Dann nimm du den mit und ich geh schon mal Warte mal, ich nehm die Kristalle mit Ich wollte, ähm Da kann man eigentlich auch Weakness-Dinge einbauen, ne Dann kriegen die doch, äh Keine Hinten oder so, oder Poison Ja, kann man machen Und soll ich die Kristalle mal mitnehmen? Ich mach mal Ach, die bringen nix in der Hilde Ich mach mal einen Kleber mit, äh, Beheading Ich bin auch behindert, ey Die Dinger bringen ja nix in der Hilde Was? Ach, die Kack-Kristalle Ach so Ach so Wie viel Beheading kann man drauf machen? Fünf Glaub ich Pro, äh, eins, ein Enderperle, oder? Äh, Enderperle und, äh, Obsidian Ja, ich mein aber mit vier insgesamt Ja, ich mein aber mit vier insgesamt Mit Winderperlen Ja, ja Also du brauchst immer eine Enderperle und einen Obsidian Tschüss, Grube Ach die Effekte bleiben doch da, ich dachte das geht nicht Von den Kristallen Ich mein, gibt's doch auch, äh, also gibt's doch auch Kristalle Ne, ne, die Effekte dafür, die bleiben alle an Wenn du sie normal holst Okay Oh, fette Spinnen Ich bin wahrscheinlich jetzt erstmal 10 Minuten da ist weg Oh, Centus, ernsthaft? Ja, ernsthaft Und bist du weg? Wen ist er weggegangen? Also nicht Oh, Spinnen, verpisst euch doch Ja, ihr nervt doch hoch 3 Wow Alter Machen denn so viel Damage Welche Spinnen? Und die aus dem Äh, aus der Helle So Warum spawnen jetzt hier keine Blaze? Keine Ahnung Da sind sie Ach ja, da ist der Blick weg 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 Komplett weg Oh, so gehört Ja, komplett weg Die kann doch mal besser spawnen die Dinger hier Tschüss Wo krieg ich denn am meisten davon? Wovon? Von dem Power da Wo ich sie reinschmeiße Im Messerweight Oh, so geht das